hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von oddworld apes odyssey wir sind ja noch in rupture fans haben weitere budakens gerettet und sind jetzt für diesen zulag angekommen also dieses andere zulag zulag zwei klar ich weiß nicht wie viel es gibt aber zumindest haben wir jetzt ein neues gebiet erreicht steht da oben benutze slick um dich an der sicherheit tür vorbeizumogeln meine macht ist wieder weg ich muss ja den typ übernehmen ach das ist das wie mit den pfeiftönen und pups tönen bei der anderen das ist das gete gete de 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 Ja, ja. Nein, nein. 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 Ich hab das genau umgekehrt gemacht. Na gut, wir haben es ja trotzdem geschafft. Wapture Farms, Arbeiter versetzt, 99. Ach, 4 gibt es scheinbar. Ah, ja. Und jetzt Zulag 1, da sind wir gewesen, jetzt sind wir bei Zulag 2. Da gibt es noch die 3, 4. Wapture Farms, Zulag 2, Arbeiter versetzt, 9. Bin wahrscheinlich da, wo das leuchtet. Ich bin wahrscheinlich irgendwie nach oben, dann komme ich dann noch rechts, denn das sind 2er. Wenn ich dann nach oben gehe, dann geht es auch nochmal nach links, da gibt es auch 2er. Dann kann ich auch noch links nach unten gehen. Dann geht es in 2er und 3er, älter 5er. Ja. Ja, dann. Ob es nichts, was irgendwie runterfällt, dass ich da hochklettern kann? Nee. Oder gibt es hier was? Na gut, da fahren wir mit dem Fahrstuhl. Arbeiter 25, geflohen 74. Zulag 3 geht es da hin. Ach, das ist doch wie bei diesen Tempeln. Wo wir dann diese einzelnen Räume dann betreten mussten. Und in den einzelnen Räumen haben wir dann diese Steinschlösser, wie sie heißen. Na gut, eigentlich waren es für mich einfach nur große Fackeln. Wo wir diese Fackeln aktiviert haben, dass wir dann diese Türen gemacht haben. Naja, das wird wahrscheinlich sowas sein hier. Ja, das ist wahrscheinlich dasselbe. Da haben sie da oben gemeult. Hat einer das Bild von still, der muss das Graffiti wegmachen. Ah, ein Speicherpunkt. Rettung Zulag 2-2. Ah, genau, ich bin jetzt da unten. Erstmal wahrscheinlich, das meinten sie die 3 Türen. Ich bin jetzt da unten. Hier gibt es wie gesagt 3 und 2 von denen sie retten. Da oben ist einer. Hier ist einer, aber der ist noch eingesperrt. Ist noch so ein Ding hier, aber das kann ich nicht machen. Und da ist so ein Ding, was sich dreht mit der 3. Rettung so viele Mudaukens auf einmal, um Schweiß kalt zu werden. Achso, das ist mein Ding mit der 3. Ich brauche 3 von der Bande und dann kann ich dann... ...mich wieder mit dieser Macht machen, dass ich mich in dieses Wesen verwandeln kann. Ah, das war Kipsel. Und ich bin tot. Und er freut sich. Er freut sich. Er freut sich über den Tod von Elb. Das ist so pietätlos. Ach, das ist so pietätlos. Ich weiß es. Sei ruhig. Ich kann sowas hier nicht dulden. Muss ich den Hebel machen, dass der runterkommt oder kommt der Typ auch von alleine runter? Ich versuche es nochmal. Ei, ei. Ich wurde zumindest nicht erschossen. Zumindest wurde ich nicht erschossen. Ich bin lieber in den Tod gesprungen. Und dann mit meiner Superkraft der Vögel zurückzukommen. Denn ich bin unsterblich. Ich bin Abe. Wie heißt Abe eigentlich weiter? Habe ich eigentlich noch einen Hinternamen? Und wenn ich nicht nach unten klindern will, sondern einfach nach links gehe und mich runter schmeiße, vielleicht schaffe ich es dann. Ich muss schon mal den Hebel klicken, dass ich dann den Typ mit der Fasche runterfahren kann. Ei. Das ist aber gemein. Na gut, versuche ich mir das Ganze nochmal. Irgendwie muss ich doch das schaffen, dass ich da runterkomme. Na gut, ich bin gerade und habe es geschafft. Also, es geht irgendwie. So, da vorne wieder dieses komische Stimmmodul. Pass auf, pass auf, pass auf. Dieses Dö, 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 Dö ist das. Das ist das Loch, das... Brauche ich ihn nochmal? Ich geh nochmal. Ich geh nochmal zurück. Das sieht nicht so aus. Na gut, mach dich weg. Hallo? Hallo? Folge mir. Okay. Na gut, mach mich. Folge mir. Okay. Na gut, mach mich. Folge mir. Okay. Warte. Okay. Hallo? Hallo? Folge mir. Okay. Okay. Folge mir. Okay. Warte. Okay. Okay. Diese Stimmchenwache. Okay. 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 Drei. Oh. Wir nennen uns ein Schild. Mudarkens. Wir dürfen also keine Mudarkens sein. Wir sind nur zum Arbeiten da. Nur zum Arbeiten. Das ist ja wie im echten Leben. Wir sind nur zum Arbeiten da. So, meine Freunde putzen noch ein bisschen. Und ich mache in der Zeit das Portal auf. Ich bekomme die Macht. Aufenthaltsrahmen Arbeiter. Die Mine war zwar gerade ziemlich nah gewesen, aber scheinbar ist das egal. Weil ich scheinbar dann unsterblich bin, wenn ich dann dieses Squy-Kile oder Squy-Skile oder... Ach, ich habe den Namen wieder vergessen. Squy-Skile. Squy. Ne, Sky-Kile. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin aussprechend bei sowas, bin ich halt nicht so. Ist keine Absicht, aber naja. Kommt, meine beiden putzenden Freunde. Hinaus aus diesem Laden. Der gibt es noch nicht einmal Mindestlohn. Warum sollten wir hier arbeiten, wenn es ja noch nicht einmal Mindestlohn gibt? Keine Zuschläge, keine Feiertag-Zuschläge, keine Wochenende-Zuschläge, nichts. Keine Teilschicht-Zuschläge. Nein, das wollen wir nicht. Rebellion. Vor allem Aufenthaltsraum-Arbeiter. Was soll das für ein hässlicher Aufenthaltsraum sein in dieser komischen Fabrik? Ich meine, ich sehe jetzt keine Stühle oder irgendwelche Tische oder irgendwas. Noch 20 Arbeiter. Gibt es ja irgendwas hier oben? Ah gut, es fällt ja nichts runter. Also eher nicht. Ich gehe trotzdem nochmal hier hoch. Mit der Brille mit dem Bärchen. Ach, sieht man, es ist eins grün geworden unten. Naja, wie bei da. In diesen beiden Tempeln. Im Prinzip. Speicher, ne? Kurz Rettung. 10. Rettung Sulok 2. 10. Von mir aus. Was gibt es denn hier eigentlich? Oben ist so ein Hund. So ein Slok. Ein Verzeichnis. Und oben ist nämlich hoch. Und ich höre auch noch einen Slick, der einfach rumläuft. Und ja, läuft. Hab ich schon gesagt, dass der läuft? Ja. Hm. Ach, wir rennen jetzt einfach los. Dich übernehme ich. Na komm, Hund. Ich und mein Hund gehen Gassi. Fass. Hier, Kleiner. Armer Hund. Armes Herrschen. Warum können wir nicht in Frieden leben und können das in Frieden machen? So, was haben wir denn hier Schönes? Das wissen wir ja nun schon. Hier gibt es zwei ganz rechts. Gibt es da oben eigentlich irgendwas, wo der Hund geschlafen hat? Nee. Na gut. Ich mach's mal dieses komische Ding kaputt, oder? Ja, da ist noch so ein Bumpending, also kann ich das komische Ding nur oben kaputt machen, denk ich mal. So. Ach so, ist kaputt. Na, das war ja nur nix jetzt. Ach, da kommt der Typ angelaufen. Kann ich den jetzt übernehmen? Jo, na also. Und platt. Trotzdem will ich noch das komische Ding kaputt machen da oben. Einfach nur als Prinzip. Drei. Naja. Weil ich auch noch habe ich aber fünf bekommen von diesen Dingern. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Aber erstmal rette ich meine Freunde. Als habe ich Angst, die sterben, wenn ich irgendwas falsch mache. Folge mir. Okay. Wenn ich dann irgendwie das Ding nicht treffe. Na komm Junge, mach dich rein. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Folge mir. Okay. Ich denke, dass es wahrscheinlich eigentlich jetzt egal ist, wie ich das Ding kaputt mache da oben. Aber ich weiß, ich will es kaputt machen. Na also. Ich will trotzdem wieder drei Stück haben. Ja, füllt das ja nicht ab, wenn ich noch so ein Ding habe. Ist das eigentlich ein Geheimgang hier, das Loch? Nee. 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 Na gut. Dann gehen wir wieder. Die beiden haben wir gerettet. Noch 18 Arbeiter. Und nur noch eine Tür. Und nur noch eine Tür. Speicher. 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 Jetzt. Gott sei Dank. Ah. zulag 2. Abschnitt 3. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Ich höre jemanden schlafen, und zwar ihn hier. Können wir euch dieses komische Ding eigentlich kaputt machen? Ja, na dann. Jetzt bist du mein. So, hier sind die Minen weg. Hier gab es ja nichts weiter. Bim, 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 bim. Und das hat Fahrstuhl. Platsch. Ein bisschen aufmunitionieren. So. Hallo, hallo. Folge mir. Okay. Folge mir. Okay. Ich will den Fahrstuhl noch mal haben, ich will noch mal hoch. Jetzt denkt ihr euch, warum hüpft er jetzt extra runter? Wie gesagt, ich will den Fahrstuhl noch mal haben. Also will ich noch mal runterfahren und sehe, was es gibt. Vielleicht kann ich ja noch mal da oben rumhüpfen. So kann ich erst mal dieses schwebende Ding kaputt machen, dass ich dann den Kerl übernehmen kann. Das kann ich ja normal laufen, es ist ja egal, ob er mich hört oder nicht eigentlich. Das haben die eigentlich mal komische Beine eigentlich. Na ja, wer weiß. Obwohl, ich hätte vielleicht den Fahrstuhl bekommen, wenn ich den Hebel benutzt hätte. Na ja, egal. So, ich will noch mal eine Mine haben. Oh, es hat uns nicht automatisch genommen. Interessant. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Na komm her. Folge mir. Okay. Okay. Wo ist denn da der Pin? Ach so. Hallo. 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 Folge mir. Okay. Okay. 16, aber da gibt es noch 38, äh 38, 83 gerettet. Gut, jetzt will ich erst mal 38 quere. Oh, so groß auch gut. Gibt es noch irgendwas? Also hier komme ich schon mal nicht durch, also könnte ich dieses Ding da gar nicht kaputt machen. Also wenn ich mich in dieses Vieh verwandeln kann. Diesen Squire-Koll oder Squire-Skoll. Ich sehe auch nichts, was runterfällt, also... Hm, naja. Dann verlassen wir diesen Ort. Eine Pumpen habe ich auch. So, wie wir sehen, haben wir jetzt also alle drei Türen geschaffen, können also diese Tür betreten. Ah, jetzt geht es also in das Gebiet 3. In 4 habe ich gesehen, in der Art der Karte gibt es also. Ah, ich hoffe, ich habe einen Slok schlafen. Darf ich wenigstens speichern irgendwo? Ja, na Gott sei Dank. Denn in der Darstellung möchte ich jetzt echt gesagt nach die Folge beenden, weil... Ah, ich habe nicht geguckt, wo ich gespeichert habe. Ah ja, Zulag 3 war es. Zulag 3 1 klar. Ja, doch, ist eigentlich logisch, wenn ich jetzt im Zulag 3, Gebiet 1, also gut ist dann logisch. So, abgeschrieben. Wie gesagt, ich werde es nach stiller Art die Folge beenden, weil... Das ist mir schon zu viel Aufregung gewesen. Ich habe es jetzt so weit geschaffen, da bin ich schon froh, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe. Ehrlich gesagt, ich hätte das nie gedacht. Allerdings am Anfang, wie gesagt, ich habe so oft die Aufnahmen, ganz am Anfang vor allen Dingen. Neu machen müssen, versuchen, versuchen, versuchen. An einer Stelle vor zwei Minuten habe ich, wie gesagt, eine halbe Stunde gebraucht teilweise. Ich habe eine Aufnahme hatte, die geklappt hat, weil, wie gesagt, es war nur ein Zusammenschnipsel gewesen. Jetzt bei den letzten Folgen ging es eigentlich. Da habe ich vergleichsweise jetzt nicht so oft gebraucht. Ich habe ja gesagt, gut, jetzt muss ich nochmal neu machen, aber es ging eigentlich. Na gut. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir dann Zulag 3 durchforsten und auch weitere Mudakens retten. Also macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.